so hi und hallo mal wieder ja ihr habt richtig gelesen und ja ihr seht auch richtig das sind ja praktisch die neuesten die im moment überall zu kaufen kriegt edeka rewe kaufland trinker tankstellen das sind die lego ninjago linja power nummer 1 für 6 euro weil ich finde so besondere figuren sind nicht dabei aber trotzdem habe ich fünf stück weil ich sie günstiger bekommen habe vom flohmarkt und da möchte ich euch einfach nur mal wieder zeigen was ihr drin haben werdet als ihr 6 euro ausgibt und wenn ihr die figur nicht wollt dann spart euch die 6 euro kriegt ja auch fast schon kleine sets für aber wie gesagt auch hier zählt natürlich ich verlinke euch irgendwas von lego ninjago unter das video sicher bequem und günstig und wenn ihr nicht benutzt danke danke dafür unterstützt ihr meinen kanal jetzt öffnen wir mal die fünf ninja power wundertöten und ich zeige euch dabei was ihr drinnen haben werdet mit großer wahrscheinlichkeit wenn ihr euch eine gönnt weil ich habe schon einige aufgemacht dann wisst ihr immer welche figuren drinnen sind ist zwar ganz cool die figur ich brauche sie nicht mehr ist schon bei mir in den dreistelligen bereich der bösewicht er ist ziemlich cool es ist ein ältesten jahre magazin ja da muss ich mal jetzt so ihr kennt ja den mit den spinnbeinen drunter und den anderen der hat hier schon überkörperbedruckung meistens tausche ich die dann habt ihr eine exklusiv figur das dazu das ist ausgerechnet eine ältere ninjago figur ihr seht es eine tüte aufmachen zu danach kam diese raus danach kam dann diese papiertüten raus also sie ist nicht schlecht aber muss man sie wirklich haben schreibt mir mal in die kommentare das ist eine einigermaßen richtig coole figur bösewicht flügel die lasse ich meistens immer ab bei denen haben wir ganz selten aber ist eine richtig coole figur ist auch seht ihr so nach der tüten verpackung her älteste bis zu das neueste hier haben wir den weißen drinnen zweimal der weiße also ihr seht es jetzt schon wieder drei tüten aufgemacht dreimal den weißen drinnen er ist cool und eine coole figur den mag ich auf jeden fall so jetzt geht's weiter dritte und ihr seht schon jetzt wo die tendenz hinführt also wenn ihr die figuren haben wollt dann gönnt euch eine wundertüte wenn nicht rechnet aus was die figuren teilweise auf dem schlomarkt wochenmarkt kosten ja dann liegt die hier schon teilweise bei fünf euro da habt ihr so eine wundertüte raus ja stimmt schon aber ja habe ich ja früher auch da gibt es ja auch mit rote klatschen schuhe ich sage immer skateboard denn ja ein rollschuh linjago entschuldigung ich weiß gar nicht warum der noch so auf dem handel ist ich finde die figur damals kam ja das große u-bo draus da passt der wunderbar zu komplett leer machen ich erkläre es jedes mal weiße sitze rein nur diesen rein top aber ihr seht vier tüten aufgemacht viermal ihm zweimal rest naja müsst ihr wissen ob die figur wollen aber jetzt komme zu fünften und letzten lego ninjago ninja power wundertüte und dann könnt ihr auch sehen was hier drin haben werdet wenn ihr aber was anderes drin gehabt habt weil ihr euch schon wundertüten gönnt habt davon dann schreibt es doch für alle anderen zuschauer in die kommentare weil ich kann mir vorstellen der eine oder andere findet die figur besser oder ist später angefangen will die älteren haben dann passt das schon aber ihr seht fünfmal von fünf tüten der weiße wird auf jeden fall dabei sein da ist jetzt ein kleiner kampf zwischen eine neuere und eine ältere figur seht ihr selber aber ihm werdet ihr auf jeden fall dabei haben aber nichts nichtsdestotrotz ich verlinke und irgendwas von lego ninjago sicher bequem und günstig und wenn der link benutzt danke dafür ihr schreibt jetzt eure meinung schreibt für die anderen zuschauer was ihr drin hattet und das allerwichtigste ist bleibt gesund ihr und eure familien und dann wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu ab und dann bis zum nächsten mal und dann bis zum nächsten mal